Nachdem ich in den vorherigen Videos in dieser Reihe die Grundidee hinter der Objektorientierung erläutert habe und mit dem UML-Klassendiagramm im Werkzeug zur Modellierung der statischen Aspekte in der Softwareentwicklung vorgestellt habe, steige ich also jetzt in diesem Video nun in die objektorientierte Programmierung ein. Ich werde hier also aufbauend auf den Kenntnissen, die ich in der Reihe zur C-Programmierung schon vermittelt habe, die ersten Schritte in der Programmiersprache C++ demonstrieren. Ihr werdet schnell feststellen, dass die Syntax von C++ sehr bekannt aus C ist und das ist auch nicht verwunderlich, denn schließlich ist C++ wirklich als Erweiterung von der Sprache C entwickelt worden. So, das heißt, bis auf sehr wenige Ausnahmen lässt sich auch ein C-Programm als C++-Programm übersetzen. So, hier habe ich in Visual Studio schon mal ein leeres Projekt für die Entwicklung einer Konsolenapplikation erstellt. Wenn ihr nochmal nachschauen wollt, wie man ein solches Projekt aufmacht, schaut euch dazu das Video an, das ich hier oben verlinkt habe. So, hier auf der rechten Seite seht ihr dann den Projekt Mappen Explorer, in dem schon eine Ordnerstruktur für das Projekt vorgegeben wurde. Ich werde jetzt im Ordner Quelldateien eine neue C++-Datei hinzufügen, in der wir dann den ersten C++-Programmcode schreiben werden. Dazu klicke ich mit Rechtsklick auf Quelldateien und wähle dann Hinzufügen, Neues Element. In diesem Dialog wähle ich dann eine CPP-Datei aus und die nenne ich Main.cpp. Und dann bestätigen wir das Ganze mit Hinzufügen und finden dann die erstellte Datei in diesem Ordner hier. Noch ist die Datei leer, also schaffen wir uns zunächst einmal ein Grundgerüst für die ersten Programmierschritte. Der Einstiegspunkt in ein C++-Programm ist wieder die Main-Funktion. Es ist guter Stil, dass unser Programm an die aufrufende Instanz, also in der Regel an das Betriebssystem, eine Rückmeldung über die erfolgreiche oder später vielleicht auch mal nicht erfolgreiche Ausführung gibt. Das erfolgt hier über den Rückgabewert vom Typ Integer. Und für den Rückgabewert können wir hier auf vordefinierte Makros zurückgreifen, die in der Header-Datei cstdlib definiert sind. Und dafür binden wir also zunächst einmal diese Header-Datei ein. Und das Makro heißt dann Exit Success. So, die erste Idee, das Programm etwas Sinnvolles tun zu lassen, ist in einer neuen Programmiersprache ja typischerweise die Ausgabe der Textzeile Hello World. Und das machen wir jetzt hier auch. Und dazu müssen wir für die Ein- und Ausgaben in der Konsole die Bibliothek Iostream einbinden. Der Programmcode für die Ausgabe ist dann diese Zeile hier. So, entgegen meiner vorherigen Ankündigung gerade, hat diese Zeile zunächst einmal scheinbar wenig mit C-Code zu tun. Und es sei ja auch erklärungsbedürftig. C-Out ist ein Objekt, das den Ausgabestrom kontrolliert. Dieser doppelte Pfeil nach links ist ein Operator, mit dem man eine Zeichenkette, hier also Hello World, in den Ausgabestrom schiebt. Und mit diesem Endline fügt man dann einen Zeilenumbruch ein. Wenn wir dieses Programm kompilieren und ausführen, sehen wir also in der Konsole die gewünschte Ausgabe. Bevor ich jetzt fortfahre, will ich noch auf dieses STD mit dem doppelten Doppelpunkt eingehen hier. Damit gibt man nämlich den Namensraum an, in dem ein Objekt oder eine Funktion definiert wurde. Als erstes müssen wir jetzt also erstmal klären, was Namensräume überhaupt sind. Stellen wir uns dazu mal vor, dass eine Software in einem großen Projekt mit mehreren Teams entwickelt wird. Die Teams arbeiten in vielen Teilen erstmal weitgehend unabhängig voneinander. Und dann kann es also passieren, dass zum Beispiel Team A Bezeichner für Variablen oder Funktionen verwendet, die ein zweites Team ebenfalls verwenden würde. So würde man diese zwei Teile der Software dann also am Ende zusammenfügen und das Ganze zu einem großen Programm erstellen, gäbe es dabei Konflikte, weil ja Bezeichner mehrmals vergeben wurden. Und es wäre eben uneindeutig, welche Funktion genau aufgerufen werden soll zum Beispiel. So um dieses Problem also zu umgehen, kann jedes Team seinen eigenen Namensraum definieren. Und beim Aufrufen der Funktion muss dann der jeweilige Namensraum eben mit angegeben werden. Der Namensraum von Cout ist hier eben std. Würde ich die Angabe hier weglassen, würde der Fehler ausgegeben werden, dass die Bezeichnung Cout und Entline nicht bekannt wären, obwohl ich ja die richtige header-Datei schon eingebunden habe. Eine Möglichkeit, den Namensraum anzugeben, ist also mit dem vorangestellten Doppelpunkt. Oder man könnte in der Funktion Main angeben, dass hier eben immer der Namensraum std verwendet werden soll. Das macht man hier mit der Using-Direktive. Using Namespace std macht dann also klar, dass Cout und Entline aus dem Namensraum std entnommen werden sollen. Das funktioniert aber nicht nur lokal in einer Funktion, sondern man kann die Angabe, welcher Namensraum verwendet wird, auch global machen. Dazu schiebe ich diese Zeile using Namespace std einfach vor die Funktion Main und damit ist es dann global definiert. Und dann sehen wir also, dass das Programm fehlerfrei ist und auch kompiliert wird. So, um das mit diesen Namensräumen noch ein bisschen klarer zu machen, will ich mein Beispiel von gerade noch einmal aufgreifen. Hier habe ich also zwei Namensräume für Team A und Team B aufgemacht und in jedem Namensraum jeweils eine Funktion Show Message erstellt. Würde ich nun einfach die Funktion Show Message in der Main aufrufen, würde ich den Fehler erhalten, dass dieser Bezeichner nicht eindeutig ist. Ich muss hier also den Namensraum angeben und auf diese Weise bekomme ich also jeweils den richtigen Funktionsaufruf, hier also die Nachricht zuerst von Team A und dann die von Team B. An diesem Beispiel kann man aber noch eine zweite Sache sehen, nämlich, dass es nicht unbedingt empfehlenswert ist, den verwendeten Namensraum global festzulegen, wie ich das oben für std gemacht habe. Würde ich nämlich hier ebenfalls noch global festlegen, dass auch der Namensraum Team A standardmäßig verwendet werden soll und würde ich dann in der Main nur die Funktion Show Message aufrufen, dann wird hier immer auf die Funktion aus dem Namensraum von Team A zugegriffen. Das kann ja vielleicht genauso gewünscht sein. Es könnte aber auch sein, dass ich hier die Funktion aus dem Namensraum von Team B aufrufen will und einfach nur die Angabe des Namensraums vergessen habe. Dann wird natürlich kein Fehler ausgegeben, aber es könnte inhaltlicher trotzdem falsch sein. Und in umfangreichen Programmen wäre die Suche nach diesem Fehler dann wirklich wie die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen. Und um so etwas zu vermeiden, ist es also ratsam, die Verwendung der Namensräume nicht global festzulegen. Okay, jetzt habe ich schon an mehreren Beispielen gezeigt, dass es mit Cout ziemlich einfach ist, eine Textzeile in der Konsole auszugeben. Mit Cout lassen sich aber nicht nur Zeichenketten, sondern auch sämtliche Variablen ausgeben. Hier habe ich also eine Int- und eine Double-Variable deklariert und gebe deren Werte jeweils mit einer vorangestellten Zeichenkette aus. Mit Cout wird also wieder ein Objekt erzeugt, das den Ausgabestrom kontrolliert und diesem wird dann zunächst eine Zeichenkette übergeben und durch den erneuten Aufruf des Pfeiloperators dann eine Integer-Variable und schließlich der Zeilenumbruch. Das gleiche passiert hier unten, nur eben mit einer Double-Variable. Und auf diese Weise kann man also Informationen in beliebiger Reihenfolge in der Konsole ausgeben. Beispielsweise wird hier an den Ausgabestrom zuerst ein String, dann ein Integer, dann wieder ein String und dann noch eine Double-Variable und dann der Zeilenumbruch übergeben. Die Ausgaben über Cout lassen sich auch formatieren. So kann man beispielsweise die Genauigkeit der Ausgabe von Gleitkommazahlen angeben oder man kann die Breite des Bereichs, in dem Text oder Zahlen ausgegeben werden sollen, einstellen. So, dazu müssen wir aber zunächst eine weitere Bibliothek einbinden, nämlich IOMANIP. So, schauen wir zunächst einmal darauf, wie man die Genauigkeit von Zahlen mit Nachkomma-Anteil einstellt. Und dazu gibt es die Funktion Set Precision. Um also die Genauigkeit dieser Zahl festzulegen, rufe ich hier nach dem ersten Cout, aber bevor die erste Gleitpunktzahl ausgegeben werden soll, die Funktion Set Precision auf. Und der Übergabe-Parameter ist hier die Anzahl der Stellen, der gesamten Zahl, auf die gerundet werden soll. Dabei sind also der ganzzahlige Anteil und die Nachkommastellen mit gemeint. Wenn ich hier in diesem Beispiel die Genauigkeit der Variablen auf drei Stellen einschränke, wird also aus 1,234 nur 1,23. So, dabei wird übrigens kaufmännisch gerundet. Hätte ich LF war nämlich den Wert 1,235 zugewiesen, dann würde die Begrenzung auf drei Stellen 1,24 ergeben. Der Aufruf von Set Precision hier wirkt also wie eine Einstellung für alle Ausgaben, die zentral vorgenommen wird. Und diese Einstellung bleibt auch so lange erhalten, bis an einer anderen Stelle durch einen erneuten Aufruf von dieser Funktion die Einstellung verändert wird. So, als nächstes möchte ich zeigen, wie man die Breite eines Bereichs, in dem eine Ausgabe erfolgen soll, festlegt. Und dazu rufe ich innerhalb dieser Kette, die hier an den Ausgabestrom übergeben wird, vor einem Teil der Ausgabe, dessen Breite eben verändert werden soll, die Funktion Set W auf. In diesem Beispiel wird jetzt also der Bereich, in dem die Variable I war ausgegeben wird, auf sechs Stellen vergrößert und die Ausgabe erfolgt dann darin rechtsbündig. Diese Funktion ist besonders sinnvoll, wenn man etwas tabellarisch in der Konsole darstellen will und mit Set W könnte man dann also die Breite der einzelnen Spalten festlegen. Bei ganzzahligen Werten gibt es noch die Möglichkeit, das Zahlenformat zu wechseln zwischen Dezimal, Hexadezimal und Oktal. So, und schließlich zeige ich hier noch, wie man Adressen von Variablen ausgibt. Starten wir dazu zunächst mit der Variablen I war. Um also auf die Adresse der Variablen zuzugreifen, verwende ich einfach den Adressoperator. Bei Variablen, die Zahlenwerte speichern, funktioniert das hier prima. Bei Strings, also bei Zeichenketten oder auch bei einfachen Zeichen, geht das allerdings so nicht. Hier habe ich eine Character-Variable deklariert und initialisiert und gebe die Adresse hier aus. Und in der Konsole sehen wir aber diese Ausgabe hier, das also definitiv nicht die Adresse von C war. Dass das hier nun nicht gelingt, liegt daran, dass dieser File-Operator eine spezielle Überladung für Pointer auf Character hat. So, was das genau heißt, erläutere ich noch in einem späteren Video. Hier will ich mich nun auf die Lösung dieses Problems beschränken. Wenn wir also einen Pointer auf eine Character-Variable ausgeben wollen, müssen wir über eine Typ-Konvertierung dafür sorgen, dass dieser File-Operator den Pointer nicht mehr als einen Pointer auf einen Character, sondern zum Beispiel als Pointer vom Typ Void sieht. Und das macht man dann so. Das Schlüsselwort Static Cast leitet hier also eine Typ-Konvertierung ein und in den spitzen Klammern gibt man den Typ an, in dem die Konvertierung erfolgen soll. So, und in der Ausgabe sehen wir dann, dass diese Konvertierung zu der korrekten Ausgabe führt. Bis hierhin habe ich euch einiges zu der Ausgabe von Informationen mit Cout erklärt. Gucken wir jetzt noch einmal darauf, wie man denn Daten über die Tastatur einliest. Und dazu gibt es das Objekt CIN. In diesem Beispiel deklariere ich also zunächst einmal eine Integer-Variable. Dann bitte ich den Benutzer, eine Ganzzahl einzugeben. So, und hier lese ich diese Eingabe dann in die Variable IVAR mit CIN ein. Und anschließend wird dann noch einmal die eingegebene Zahl ausgegeben. Die Eingabe von Daten ist also ziemlich simpel. Und das funktioniert so nicht nur mit Integer-Variablen, sondern mit sämtlichen Datentypen. Dann bis jetzt noch einmal. So, und hier ist auch Sch Vielen Dank.